Meine Frau und ich hatten gestern den Lachkram des Jahrhunderts. Sie war in den letzten zwei Wochen weg. Sie war im Urlaub und ich war alleine zu Hause. Und bei uns haben wir im Wohnzimmer auf dem Esstisch und haben wir immer so eine Wasserkanne stehen. Gestern ist sie nach Hause gekommen. Und dann höre ich so aus dem Wohnzimmer, wie sie ruft, sag mal, hast du in den letzten zwei Wochen aus unserer Vase getrunken? Was? Nein, natürlich nicht. Ich finde dich doof. Ich komme ins Wohnzimmer und sage, wieso, ich habe aus dieser Kanne getrunken, aus unserer Wasserkanne. Und sie sagt, nee, das ist die Vase, in die wir in unsere Blumen tun. Leider, ich kann die mehr.